Na das nenne ich mal einen regelrechten Flop und zwar auf meiner Seite, denn ich habe erst vor einigen Stunden ein Video veröffentlicht, in dem ich gesagt habe, dass der erste Nerf, die ersten Anpassungen an den total overpowerten Waffen wie der DMR-14 in der Warzone nicht so ganz funktioniert hat, aber er in meinen Augen spürbar gewesen ist und es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis noch ein Zweiter womöglich kommt, der dann aber vielleicht auch die Waffe komplett kaputt nerft. Ein Flop ist es nicht deswegen, weil die Aussagen falsch gewesen sind. Ein Flop war es, weil das Video einfach zu spät von mir veröffentlicht wurde. Ich habe es bereits einen Tag vorher aufgenommen, aber ich habe es zu spät fertiggestellt. Problem an der Sache ist nämlich, dass schon wenige Stunden vorher eben der zweite größere Nerf passiert ist und die überaus dominante DMR-14 ein weiteres Mal abgeschwächt wurde. Und damit Servus zusammen Freunde und schön, dass ihr reingeklickt habt, auch in dieses Video und normalerweise seid ihr es vielleicht gewohnt, wenn ihr schon mehr meiner Videos gesehen habt, dass ich mich in der Regel ja immer auch irgendwie zeige mit Bild. Das mache ich jetzt nicht, weil ich will auf Nummer sicher gehen. Ich wollte das so schnell wie möglich machen, wollte mein letztes Video quasi updaten, wollte meine Aussagen etwas aktualisieren und das nicht erst wieder in zwei Tagen, wenn sie vielleicht schon wieder zu alt sind, die Infos. Deswegen jetzt auf die Schnelle. Ja, es gab tatsächlich vor wenigen Stunden, muss man sagen, den zweiten kleinen Patch, der noch einmal in der Warzone aufgeräumt hat, vor allen Dingen mit den overpowerten Waffen, aber auch mit dem einen oder anderen Fehler aufgeräumt hat. Fangen wir also mal kurz mit den zuletzt genannten Fehlerchen an, die eben behoben wurden. Unter anderem gab es ja einen Fehler mit den Stims, also mit den Injektionen, die man sich verabreichen kann, um sofort wieder volle Energie zu haben. Und da gab es wohl einen Glitch, dass es möglich war, dass man davon unendlich viele hatte. Und ich muss gestehen, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. So sehr verbandelt mit der Warzone bin ich dann am Ende doch noch nicht. Und wie gesagt, dieser Stim, da gab es einen Glitch, dass man davon unendlich viele mitführen konnte. Und das konnte natürlich zu einem unfairen Vorteil führen, denn wenn man das mitgeführt hat, dann konnte man auch im Gas unendlich lange überleben. Denn man ist einfach durchs Gas gelaufen. Immer kurz bevor man gestorben ist, hat man sich die Injektion verabreicht. Und schon hatte man wieder volle Energie. Und so konnte man einfach durch die Warzone im Gas sich bewegen, ohne zu sterben. Und dieser Fehler ist allerdings Geschichte. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Und dann gab es natürlich, und das ist vielleicht das Wichtigste, auch eben die sogenannten Nerfs noch einmal. Unter anderem für das Gewehr DMR-14. Wenn ihr Warzone spielt oder wenn ihr auch mein letztes Video gesehen habt, dann wisst ihr, wovon ich da spreche. Dieses Ding ist hoffnungslos overpowered gewesen. Und das wurde mit dem letzten kleinen Nerf ja schon etwas angepasst. Aber da haben die Leute immer noch gemeckert und gesagt, nein, das hat nicht gereicht. Der Schaden ist zwar geringer, man verträgt jetzt eine weitere Kugel, aber dafür ist die Präzision nochmal erhöht worden. Man konnte auf quasi unendlich weite Distanz optimal treffen, ohne dass die Waffe verzieht. Das hat mir nicht geholfen. Im Gegenteil, das hat die Waffe fast für manche Spieler noch mächtiger gemacht. Der letzte Nerf, der jetzt eben, wie gesagt, vor wenigen Stunden passiert ist, muss man sagen, der hat das jetzt auch zunichte gemacht. Da gab es einige Anpassungen. Da will ich nicht im Detail darauf eingehen. Wer da wirklich ganz viele Details braucht, der muss das selbst recherchieren. Da will ich jetzt nicht die Leute langweilen. Ich will das kurz und bündig machen. Aber vor allen Dingen wurde angepasst, dass die Distanz, mit der man noch treffen kann, erheblich verkürzt wurde. Und der Schaden ab einer gewissen Distanz wurde ebenfalls erheblich verringert. Sodass, wenn der Gegner ein Stückchen weiter weg ist, dann reichen eben nicht mehr die drei Treffer, um den auf die Matte zu schicken. Sondern der Schaden wird geringer, je weiter der Gegner weg ist. Und das führt wiederum dazu, dass endlich die eigentlichen Scharfschützengewehre, die Sniper, wieder die Dominanz haben, wenn es um weite Distanz geht. Also einfach mal quasi blind in die Menge schießen. Man trifft auf jeden Fall irgendwen, so ungefähr, übertrieben gesagt. Das ist jetzt mit dem DMR14 nicht mehr möglich. Ja, jetzt gab es natürlich schon wieder auch die ersten Stimmen, die gesagt haben, super, jetzt habt ihr genau das gemacht, was wir nicht wollten. Jetzt habt ihr die Waffe kaputt genervt, jetzt ist sie wertlos geworden. Das sehen sehr viele Leute aber nicht so. Ich muss sagen, ich kann das noch nicht ganz genau bestätigen. Denn ich habe gerade vor einigen Stunden noch ein paar Partien gespielt, Duos. Und bin da tatsächlich nicht ein herziges Mal von der DMR14 umgenietet worden. Kann jetzt natürlich auch Zufall gewesen sein. Ich spiele seit ein paar Tagen auch selber mit der DMR14. Aber die ist bei mir noch nicht sehr hoch gelevelt. Ich kann sie also noch nicht so richtig voll einschätzen. Ich finde sie immer noch stark, aber ich bin jetzt auch nicht so ein super Pro-Gamer. Ich finde, die Präzision ist in Ordnung. Ich finde, der Schaden, den sie anrichtet, ist voll in Ordnung. Und sie ist tatsächlich eine gute Alternative für all diejenigen, die auch mit Einzelschussgewehren umgehen können. Was bei mir der Fall ist, denn ich habe sehr gerne auch mit der FAL gespielt. Die habe ich mir auch hochgepusht. Von daher ist das mit der DMR14 jetzt eine gute Alternative. Immer noch. Und es gibt genug bekannte, große YouTuber, die gesagt haben, ja, die Waffe ist jetzt deutlich, also wirklich deutlich abgeschwächt. Aber immer noch nicht wertlos geworden. Und das ist ja die große Befürchtung von mir und von vielen anderen gewesen. Dass es ja vielleicht auch nicht im Sinne des Erfinders wäre, wenn eine Waffe jetzt sozusagen kaputt genervt wird. Das ist also offensichtlich nicht passiert. Zumindest sehen das die meisten so. Und ich persönlich, wie gesagt, mit meiner kurzen Erfahrung bis hierhin, kann das auch bestätigen, die DMR14 oder das DMR14, wie heißt das eigentlich korrekt? Schreibt mir da sehr gerne was in die Kommentare. Die DMR oder das DMR. Ich habe keine Ahnung, wofür DMR steht. Auf jeden Fall ist das Gewehr jetzt erheblich abgeschwächt, aber nicht mehr wertlos. Und das finde ich, oder noch nicht wertlos. Und das finde ich gut, weil das macht die Waffe immer noch brauchbar und ist immer noch eine gute Alternative zu all den anderen Sturmgewehren und MPs und so weiter. Abschließend ist, vereinfacht gesagt, das Gleiche auch mit dem Gewehrtyp 63 passiert. Also quasi das Konkurrenzgewehr zur DMR14. Und auch wurde noch einmal an der MAC-10 geschraubt. Und auch diese übertrieben starken Pistolen, die Diamatti, wurden angepasst. Da ist der maximale Schaden reduziert worden. Und auch als Akimbo-Pistolen, also wenn man gleich zwei davon mitführen kann, wurde insgesamt geschraubt und der sogenannte Schadensmultiplikator wurde auf eins gesetzt. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr so einen extrem starken Schaden anrichten mit diesen Diamatti als Akimbo-Pistolen. Das ist super, super gut, denn auch diese Waffen waren genauso wie eben das DMR14 einfach zu mächtig. Und jetzt sind die Waffen auf so einem Normalniveau. Und dementsprechend ist es jetzt eigentlich an der Zeit, in der Warzone wieder aufzuräumen mit unseren geliebten Waffen vielleicht, falls wir nicht schon umgestiegen sind. Ich bin noch nicht so ganz umgestiegen auf das DMR14-Gewehr. Ich teste es aktuell ein bisschen aus. Aber ich liebe das FAL, ich liebe die Kilo. Hin und wieder arbeite ich auch mal mit ganz anderen Waffen, einfach nur, naja, um so ein bisschen zu experimentieren. Und dadurch, dass ich kein Pro-Gamer bin, brauche ich eben auch ein bisschen länger, um herauszufinden, welche Waffen gut sind und welche nicht. Ja, das DMR14 ist geil, aber ich, wie gesagt, bin auch ein Fan von der Kilo. Und es ist an der Zeit, die Waffe wieder mächtig zu machen. Oder wie Donald Trump sagen würde, make the Kilo great again oder so. Spaß beiseite, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, diese Informationen waren für euch informativ. Wenn dem so war, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls das noch nicht geschehen ist. und läutet die Glocke, um die nächsten Videos zu Warzone oder auch zu allen möglichen anderen Spielen nicht zu verpassen. Ich bedanke mich im Vorfeld. Vielen Dank, dass ihr in dieses Video reingeklickt habt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.